Liebe Freunde des Waldes, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute wollen wir uns einmal die Wuchsformen der Wurzeln angucken, wie das so ganz funktioniert, wie wir die Baumarten unterscheiden können und tatsächlich auch welche Auswirkungen das auf das Baumleben mit sich bringt. Als erstes ist natürlich die Wurzel, auch wenn wir sie nicht sehen, mit eines der wichtigsten Kriterien für das Wachstum der Bäume. Wenn die Wurzel nicht gesund ist und nicht existent ist, nicht weiter wachsen kann, dann wird auch der Baum obendrauf das früher oder später zeigen und deutlich machen. Und deswegen ist es immer wichtig, dass wir die Wurzeln verstehen, weil wir so tatsächlich mit dem Boden zusammen sehr viel über die Gesundheit der Wälder und der Bäume aussagen können. Wir unterscheiden tatsächlich drei Arten von Wurzeln. Wir haben hier einmal die Flachwurzel. Wir haben die Pfahlwurzel und wir haben die Herzwurzel. All diese drei verschiedenen Wurzeln, Arten geben tatsächlich Rückschlüsse über die Standortbedingungen, über die Wuchsbedingungen für den Bäumen und lassen uns tatsächlich auch spannende Rückschlüsse auf die bevorzugte Feuchtigkeit und Wasserverfügbarkeit und Bodenqualität und Bodenzusammensetzung rückschließen. Also fangen wir jetzt gleich an. Fangen wir bei unserem Problemfall der Fichte an. Die Fichte gehört zu den Flachwurzeln. Und wie ihr auf dem Foto schon sehen könnt, die Flachwurzel sind eher breit, als dass sie tief sind. Und das ist tatsächlich das Interessante, dass die Flachwurzeln sich tatsächlich sehr weit verbreiten können und sehr gut auch oberirdisch oder kurz unter der Oberfläche eben schon wachsen können. Leider haben wir da tatsächlich auch so ein bisschen unsere Schwierigkeiten. Gerade bei der Fichte, wenn die Stürme kommen, sind Flachwurzler meistens nicht standfest. Und sie haben ihre Stärke besonders im Gebirge, weil sie da tatsächlich auch über die Steine hinweg wachsen können und so tatsächlich sich auch in die Breite noch weiter verbreiten können. Ansonsten haben wir noch einen prominenten Flachwurzler, das ist die Weide, als weiteres Beispiel. Und die Weide ist natürlich als eher am Wasser stehende Baumart tatsächlich gar nicht darauf angewiesen, tiefe Wurzeln zu haben, weil tatsächlich das Wasser schon oberirdisch oder recht oberflächennah verfügbar ist. Und deswegen braucht sie auch gar nicht die tiefen Wurzeln auszubilden. Und das macht das Ganze so spannend, weil wir tatsächlich von den Wurzeln her schon Rückschlüsse auf die Standortqualitäten geben können. Als nächstes wollen wir uns einmal die Pfahlwurzler angucken. Das sind die, die mit einer Wurzel direkt senkrecht in den Boden gehen, die meistens eine Wurzel zentral ausbilden als Hauptwurzel und dann einfach nur senkrecht in dem Boden wachsen. Und da erkennen wir hier tatsächlich die Tanne, die Kiefer und auch die Eiche, die hier eine Pfahlwurzel bilden. Diese Baumarten sind häufig anfällig dafür, umgepflanzt zu werden, weil wir da natürlich, wenn wir den Baumstörm oder auch das Pflänzchen umsetzen wollen, hacken wir meistens ein Stück von der Pfahlwurzel ab oder halbieren die. Und das macht das natürlich für die Baumarten schwieriger, wieder fitter zu werden. Und deswegen sind sie da anfälliger. Aber sie sind natürlich standfester. Und wenn wir uns jetzt gerade die Eiche und die Kiefer angucken, die beide, also die Kiefer auf jeden Fall, die auf sandigeren Böden auch gut klarkommen, dann macht es natürlich auch Sinn, dass es eine Pfahlwurzel ist, weil im Sand müssen die Bäume tiefer wachsen, um an Wasser zu kommen. Und deswegen ist das natürlich auch verständlich, dass sie hier eine Pfahlwurzel ausbilden, um eben durch die Sandböden hindurch in die Tiefe zu wachsen, um so tatsächlich auch das Grundwasser ranzukommen oder in die Reichweite von eben Wasser zu kommen. Und so ist es wieder faszinierend, dass wir hier auch die Baumarten kombinieren können jetzt. Und das ist das nächste Spannende, wo wir viel über die Fichtenwälder reden. Da wird gerne die Tanne gepflanzt. Und wenn wir das natürlich jetzt uns einmal überlegen, dass wir hier eine Tanne als Pfahlwurzel haben und dann haben wir die Fichte mit einer Flachwurzel, dann kann man sich so überlegen, wenn man die beiden nebeneinander macht, dann ist es fast so, als wenn die Tanne die Fichte an dem Boden festnagelt. Und so tatsächlich auch eine höhere Standfestigkeit erzeugt. Wenn wir jetzt noch die nächste Stufe uns angucken, das sind die Herzwurzler. Die Herzwurzler bilden eine Kombination aus nicht ganz Pfahlwurzel, aber auch nicht ganz Flachwurzler aus. Und da ist es tatsächlich interessant, da finden wir die Buchen und auch die Linden, die hier tatsächlich eher einen runderen Ballen ans Wurzel ausbilden und sich hier tatsächlich auch anpassungsfähiger zeigen. Also wenn der Boden es nicht hergibt, dann wachsen sie auch gerne mal in die Breite. Wenn der Boden eben einfach ist, dann wachsen sie auch mal in die Tiefe. Und so können tatsächlich diese Baumarten sich am meisten auch noch an die Standortsänderungen anpassen, weil sie eben eine gewisse Flexibilität mitbringen. Das sehen wir vor allen Dingen bei den Buchen. Wenn wir auf der einen Seite die alten Buchen haben, die auf eher feuchten Standorten gestanden haben, die haben dann eher Richtung Flachwurzeln ihre Herzwurzel ausgebildet. Also eher oberflächennah. Und da haben wir jetzt gesehen, dass die letzten Jahre die Trockenheit, hier tatsächlich das Wasser weniger verfügbar ist. Diese Bäume haben jetzt allerdings Schwierigkeiten, sich jetzt noch im Alter anzupassen. Wenn wir jetzt aber am gleichen Standort junge Bäume pflanzen, junge Buchen pflanzen oder sehen oder aufgehen in der Naturverjüngung, dann bilden die tatsächlich eher tiefere Wurzeln aus. Und deswegen können diese Baumarten sich tatsächlich ein bisschen variabler aufbauen. Wenn wir jetzt einmal uns angucken, die klassische Bergmischwald aus Fichte, Tanne und Buche, dann haben wir hier eine Mischung aus allen Wurzeln und allen Wurzeltypen. Und so haben wir hier tatsächlich auch die beste Kombination aus den verschiedenen Wurzeln und den verschiedenen Skills, die damit einhergehen. Weil wir haben meistens bei den Buchen dann, die unten im Talbereich als Buchenwald sich etablieren. Dann kommt die Tanne mit rein, ein bisschen Fichte. Und später im oberen Gebirgsteil dreht sich das Ganze eher zugunsten der Fichte, wo dann die Buche immer weniger Anteil hat. Und die Tanne eben auch mehr und mehr dann verschwindet. Und so, dass am Ende nur noch ein Fichtenwald ist im obersten Gebirge im alpinen Bereich oder vorm alpinen Bereich haben wir dann häufig nur noch die Nadelwälder übrig. Und so zeigt sich dann tatsächlich auch das Wachstums- und Wuchsverhalten von den Bäumen. Auch wieder ganz klar in den Wurzeln schon. Ich hoffe, euch hat das Thema ein bisschen gefallen. Für mich war das tatsächlich mehr und mehr die Brücke hin zur Bodenkunde, dass ich verstehen wollte, wie die Bäume am besten wachsen. Und wie wir einen gesunden Boden erhalten, um tatsächlich gute Bäume zu haben. Und da ist das so ein bisschen ein Einstieg für mich gewesen, eben den Bodenkunde für mich eines der schwierigsten Fächer eben nochmal besser zu verstehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da und guckt euch dieses Video dann als nächstes an. Und dann lasst mir auch gerne ein Video gefallen.